Wir erforschen die Grundlagen des zellulare Lebens und die Ursachen von Krankheiten, in speziell den Einfluss des kleinen Proteins Ubiquitin auf Erkrankungen. Ubiquitin ist ein extrem powerfulles Zellular Signal, das das Leben kontrolliert. Wenn etwas passiert ist, dann entsteht die Zellularz. Wir wussten, dass wir viel über Ubiquitin wussten. In der Endeffektion, wir öffnen die Black Box. In 10 Jahren, das Feld wird viel mehr zu Translational-Medizin. Ich denke, das ist eine Herausforderung, und wir müssen das tun. Wir müssen die Grundlagen und die Grundlagen und die Kliniken. This is the beauty of science, creativity, ambient and joy of discovering.